Da ist aber noch irgendwas. Kann ich noch hochklettern? Höp! Ah ja, ich dachte, das war sogar so geplant. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so gedacht war. Ist das Jagddrohne? Irgendein Gitter mit was Gelbem dran, da drüben. Behaupte ich jetzt mal. Oh, Scannerdrohne. Das erkenne selbst ich. Und in der... Toll! Yeah! 300.000 bin ich wert. So, aber hier ist nix. Ist da drüben aus? Vielleicht hier noch irgendwo was rum? Nein. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf, die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Bleib außerhalb ihrer Ortungskegel, dann bist du sicher. Das Problem ist nur, die Ortungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Jedes Mal, wenn du meine Remini-Szene aktivierst, kannst du sie durch mein Gedächtnis sehen. So, schauen wir mal. Da drüben, oder? Ja. So. So. Ich will das da. Ich will das. Gib mir das. So. Subpatch. Voll. More life. Mehr Leben für den Ballers. Da wird er vielleicht mal überlebt hier. Nur ein kurzer Sprung bis zum Ziel. Verdammt. So natürlich nicht. Huch. Upsi. Christmas Morde. Eine Sammlung meiner besten Verhaftungen. Unzentriert. Mit Christmas Morde feierst du das ganze Jahr Weihnachten. Yeah, das ganze Jahr Weihnachten. Berufsstands. Ein potenzielles Genie, das seine Seele für Geld verkaufte. Oh, hey Musik. So. Irgendwo eine Treppe, die nach oben führt. Zum Beispiel hier. Hey. Oh, ein Focus Boost. Es gibt noch mehr Sachen zum Finden. Leck, Kumio. Schön putzen hier. Ich will hier keine Flecken mehr sehen. Dass es klar ist. Sushi. Solche Haushaltsroboter hätte ich auch gern. Ich meine natürlich, dass es... Ja, es wäre aber schon geil. Höp. Hufzer. Huch. Oh, das ist scheiße. Ich glaube, die haben mich gesehen. Ich bin mir sicher, dass ich mich gesehen habe. Schon wieder Seuche. Du hast nicht genug Fokus. Nein. Nein. Alter, jetzt reicht es mir aber hier. Sentsund-Raserei. Links! Nicht mit mir. Baaink! Komm! Hau sie weg! SPRING! SPRING! Und, überladen, komm! Überladen, überladen! Wow! Schön ins Gesicht gesprungen! Ah, ich kratzt mit dem Gesicht! Scheiße! Komm, dann klauen wir den Klatschmäh kaputt, so! So, das war... Also, die Kämpfe, muss ich sagen, finde ich in dem Spiel ein wenig nervig. Da fehlen mir meine Hidden Blades. Wie lange soll ich noch klettern? Kairi Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon-Rotz. Mhm. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Der ist aber wo ganz anders lang gegangen als ich! Oh, ich bin ja voll! Hahaha! Pro Fighter! Achtung! Stutzgefahr! Gut, dass du es sagst! Wäre ich nie drauf gekommen! Dankeschön! Okay! Okay, da drin ist fette Bardi! Haha! Er hat mich klettern sehen! Ich stehe jetzt mal rein! So! Sie ist irgendwie süß! Wie lange soll ich denn noch klettern? So voll verzweifelt! Ah hey, wir haben den Weg wieder gefunden! Ein Reinigungsding, das Café, das entfällt! So! Das war dufte! Irgendein Gitter! Huch! Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen durch die Wände zu scannen! So kommen wir auf die andere Seite! Okay! Und synchronisieren! So, einmal rein! Achso, ja! Ich sollte auch die Tür aufmachen! Ich sollte auch gerade essen! Nein, da wird... Nein, sie sind alle nur am putzen! So, da haben wir! 18 Grad! Angenehm! Du darfst hier drin nicht scannen! Loser Drohne! Loser Drohne! Loser Drohne! Edgy bitch! So! Bleib dran! Ah! Okay! Pling! Also, das ist auch... Okay! Die Wand schützt uns vor den Drohnenscans! Okay! Warte mal! Ach! Da unten vielleicht? Hey! Sehr gut! Okay! Wieder raus! Oh! Hier ist die Wand! Oben! So! Da sind wir! Ich hoffe, dass alles geklappt hat und ich nicht... Ja! Und ich nicht! Scheiße! Jetzt bin ich zu früh da drüber gegangen! Wahrscheinlich erwischt wurde oder so! So! Schön die Wunde... Das Ding angestrahlt! Ach! Da! Haha! Okay! Was ist das für ein seltsamer Hausbau hier! Oh! Hey Jungs! Es sieht so aus, als ob ihr ein bisschen Spaß haben wollt! Ja komm! Kriegst einen Neustart! Hier! Und neu starten! Au! Wasser! Wasser! Schmerzhaft aus! Bam! Bam! Und zack! Jetzt noch hier ein bisschen was! Ein bisschen Auerhiebe! So! Dein Ziel sollte nun ganz nah sein! Nach welchem Gedächtnis suche ich denn im Kopf dieser Frau? Die Sheridan leitet das Phoenix-Projekt zur Erneuerung von Neo-Paris. Mich interessieren die Geheimnisse des Saint-Michel-Dams. Der Damm vor dem Bezirk? Warum? Sagen wir einfach! Ich glaube eben an einen freien Personen- und Güterverkehr! Ich glaube aber nicht, dass er wirklich einer von den Guten ist! Keine Ahnung! Würde ich jetzt... Würde ich jetzt mal so im Rhin haben, dass es nicht so ist. Ich halte ihn eigentlich für einen von den Bösen. So, am Ende. Schätze ich mal. Wäre ich dem wahrscheinlich noch eine klatschen dürfen oder so. So, ja. Komm, nehmen wir hier Damage Kick. Und Lebensrecht! Ich gewähre euch das Privileg dabei zu sein, wenn ich für euch den Staatsfeind Nummer 1 erledige! Der da wäre? Oh! Hey, der sucht nach mir! Der nächste Kopfkette. Aber warum hast du es mit Kid Christmas zu tun, Schatz? Volle Kanne! Ja, volle Kanne haben wir es mit Kid... Sag mal! Kamera! Willst du mich verarschen! Kid Christmas! Also, er ist der Nächste, den wir wahrscheinlich auf unsere Seite ziehen. Hör auf zu bibbern, Bürger! Euer Chap ist da! Live und lebend! Ah, da gibt es Heilung. Brauche ich Heilung? Nein, natürlich nicht. Nie brauche ich Heilung. So, Neo-Paris VIPs. Bin ich einer davon? Ich hoffe doch mal. Höp! Ey, ey. Ey, ey. Stimmt nicht, ich muss die Maße nochmal checken. Ja, dann checken wir mal die Maße. Wo war ich gleich? Der Damm? Nein, nicht der Damm. Ah. Komisch. Wirklich komisch. Ich finde auch ihr Outfit toll. Es hat aber so eher nicht so was französisches, sondern eher was japanisches. Übertrag sie mir. Edge, deine Bitrate stürzt ab. Man versucht unseren Funk zu krapern. Du musst irgendwo höher rauf. Schnell. Ich muss einen sicheren Kanal finden. So, wir müssen aufs Dach. Hopp. Okay. Achso. Zack. Los. Ey. Arschloch drungen. Oh Gott. Eih. Das... Das dreht sich wieder rückwärts! Wollt ich mich mal verarschen. Gut, dass Nille so eine gute Kletterin ist. Okay. Ey, sag mal. Da häkt sich doch irgendjemand rein. Ja, der Mann aus der alte Skiller. Okay, jetzt aber. Okay. Hey, ich... Ich hing ja da sicher... Okay, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber... Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich muss irgendwo höher hinauf. Also ab nach oben. Das oben treffe bestimmt, Kit. Glaube ich. Hüpf halt hoch. Hopp. Geht doch. Ey, also... Teilweise ist die Sprungabfrage... Ist das da runter? Ja. Oh, hier ist irgendwas... Finde... Irgendwas... Sieht aus wie Ventilatoren auf dem Dach. Hier bin ich zum Hüpf-�... Das war alles drin! Achaka mit dem da... wir äh... Ich hab noch nie该 formuliert! Wir sind cyp- lip-